Einen wunderschönen guten Tag zusammen, wir hatten mal wieder Bock auf einen Matchmaker auf D2 und wir finden Instant. Direkt Vollgas, Alternation, streb dich ja an. Wir haben D2 echt schon mega lange nicht mehr gespielt. Wir haben D2 lange nicht mehr gespielt. Mal gucken was geht. 8 von 8, was? 2 von 7 steht bei mir Bugs. Ewig her ey. Ich bin heute noch gar nicht warm, mal gucken was es gibt. Wir fangen T an oder? Ich sag schon mal an als Count, wir sind aber T. Die haben wieder Fragezeichen. Mann, nein, komische Fragezeichen. SoulScan hat 2.700 Stunden. Ja gut, der muss nicht... Mann, die haben aber echt doch wieder komische Profile, Mann. Faaaack. Also, der Telscan hat 3.000 Stunden und der TZK hat 190 Stunden. Der TZK hat auch wieder so ein Profil, wo halt nur 2 Silber und 1 Bronze ist. Und Super Mario privat, wo du so viel spielst, das geht halt nicht. Selbst halt, wo ich halt nicht auf diese Mission gespielt habe, hatte ich halt goldene. Und jetzt halt 190 Stunden. Ja, aber das ist wahrscheinlich irgendwie nur... Achso, nur 190. Und der Super Mario privat, also ich denke das ist sehr klasse. Ja, das hat wieder... Das hat wieder wunderschön. Kann man euch wieder. Freddy Haller? Ja. Ey, es kommt gleich wieder. 20 Sekunden geht's live. Top. Ja, das... Ich bin safe, die hast du runter. Äh, auf KZ. Freddy, hast du Bock auf das Game? Ja. Na ja, dann steht die Sau. Die hitten rein wie Kacke. Ich reporte einfach schon mal vorab. Gucken, was passiert. Oh fuck. Reporten kann man immer auf gut Glück. Ey, es schafft den Safe nicht mehr ein. Ja. Ich hoffe ihr seid richtig dreist. B, egal wie wir stehen. Ja, ja. Und das B des männlichen Hases. Ich fahr Flash. Mann, ist das Super Mario, er macht... Ace hat die Bombe und ist auf K. Och mann. Komm, wir fahren B. Treibt alle diesen... B Ace, B Ace. Bin noch da, Mann. Falls wir den Plant schaffen sollten, sofort die Decoys auf die Note. Flash spät, Flash spät. Wer ist erster? Ich. Ein Flash spät. Ist das der Entry? Ey, Big Box. Noch hat beide Big Box in der Big Box. Müssen wir haben. Einer down. Einer noch. Reload. Holt ihn mal bitte. Cool. Legen, legen, legen. Probier, ich kann nicht legen. Decoys auf Bombe, Decoys auf Bombe fast. Decoys, Decoys. Mann, Loch. Ich hab Cutters. Decoys liegt bei mir. Loch down. Oh. Hab nix. Hat einer Cutters? Loch, Loch und Tür. Lass den letzten Diffusen wegen Decoys. Ah, die gehen eh schon auch gleich. Fuck. Ihr könnt euch nicht mehr auf die Decoys verlassen. Die sind alle weg. Gefallen. Wie kann man so aimen? Tür rein. Hallo? BIT DU BEKLABIT! Naja, dann bin ich aber auch weg. Wie kann man sich so verpassen, Mann? Ey, mit 1 AP drückst du den Maze einfach nochmal auf. Hätten wir jetzt die Runde verloren oder so. Hätte ich ja gelieft. Nochmal Diffus. Bestellt Decoys. Wird rennen hier um. Gerade ein junger Mann. Scheiß blöd. Wir müssten eigentlich Tür und Loch absmogen und dann erst die Decoys werfen, wenn die so weggen. Yo, yo, yo. Ich hab noch ne Schmökel jetzt. Ich hab auch keine. Ich werde dir die scheiße aus dem Ross. Kann man so eine Flash werfen? Es ist mir schleierhaft. Keine Ahnung wo. Äh, door. Door, door. Flash spät, flash spät. Door. Ich smoke. Oh, ich seh nichts. Ich hab door Autokontrolle. Ich hab door komplett in Kontrolle. Gebt das Spot ein. Ich lege im Standard-Film-Lag. Ich schmökel Locher. Wo sind die Decoys? Oh, da kommen sie eingeflogen. Ratter 3-Mail Decoys. Einer Cutters drinne hat, äh, Mc7. Ne, was ist das? Mc10. Er ist rechts, rechts. Hat er da ne Flash? Ich renne einfach Cutters raus. Ich renne door aus dem Ministerial. Geht diese Ratte. Schön. Beide Cutters dann. Ahja. Ahja. Mann. Bruder Jakob. Bruder Jakob. Aus geht's. Schön. Du wirst mit Nikoi Damage nochmal schmecken. Mann, die haben will man, die raffen nichts. On Drop. Ich hab MP7, ja. Ich anlegen. Ich hab MP7. Lang? Oder B? Äh, es ist lang. Irgendwann ich shake nochmal B. Ja, ja, Freddy du musst raus. Ja. Ich flash dich raus. Wacht mal B, äh, lang noch nichts. Irgendwie. Schimmelt noch. Fahr. Flash dich raus. Und Feuer. Ahja, jetzt ist kein Mensch. CT Smoke kommt. Ne, ich gleich im Block. Ich hab so ein Feeling, die haben B gestackt. CT! Ne, Spot ist was. Durch, durch, durch. Einser Kiste glaub ich. Ne, Zweier. Hinter der Zweier. Hinter der Zweier. Ja. Schön. Ich lege für lang. CT! 10 HP. Ach man, der SR war Mitte, du gottloser Mist, alter. Scheiß Ace. Kann der kurz kommen? Kann der kurz kommen? Mitte Big Box war der, Felix. Mach den weg. Kurz jetzt, oder nicht? Nikas und kurz. Schön. Kurz kann ich nicht bestätigen. Mitte oben, Mitte oben, Mitte Box. Bitte oben. Da kommt nicht kurz, das ist mit Palme. AK. Aimt Mitte. Geht glaub ich weg Richtung lang. Boah, kein Staffbar. Ja, hol den noch, hol den noch. Ja, ja. Guter Neu. Palmer. Ja, der war halt weg. Boah, absolut richtig angesagt. Kann er nicht mehr schaffen, Freddy. Den, hantet den. Ne. Mann. Kioskros. Defused. Okay, Kioskros. So, Freddy, jetzt mehr. Komm, die haben wir aber. Ja. Eigentlich ist es B. Wir haben die bis zu 10. Lass mal jetzt splitten. Lass halt auch wirklich splitten. Ich gehe auf Pick. Haben wir 3 AWPs? Ne. Einer B. Nur einer. Zwei B. Einer hat, glaub ich, der hat nen Hit. Lass mal chillen jetzt. Lass mal B mit A wird zu. Ja, lass mal. Lass mal. Der steht glaub ich platt hoch. Mitte unten. Ich weiß auch nicht, was das sein soll, Mann. Lass noch. Ich hab lang nochmal gefakt. Wir müssen halt eigentlich B-Split spielen. Wie wir es halt angesagt haben vor der Runde. Mach mal hier Tower. Komm mal her. Ja, wir haben halt noch 2 AWPs, aber du kannst nicht splitten. Was ist denn? Wer war da? Wo da? Wo ist da? Hallo. Ups. Oh, ich bin so blind. Down. Ihr müsst rauf mit den AKs. Ich eben noch. Geht vorbei. Smokloch. Flash einmal. Noch ein, noch ein, noch ein. Oh, noch ein. Klick, habt mich bitte. Guckt eine Loch. Ich hab noch Loch. Ich hab Cutters. Ich hab Cutters. Ich flash DOS. Jemand an die Ecke links. Noch mal. Du mach mal Tür bitte. Ich hab Loch. Wir können DOS auf rechts stehen. Toll. Direktion von dem Hamster. Cutters ist nix. Ich glaub die kommen alle da. DOS auf jeden Fall einer. Flash nochmal jetzt. Flash. Popflash rein. Ich seh nichts. Du hast auf einen. Ich bin blind. Schön. Unbound. Flash raus. Nice. Das weg. War ein bisschen früh gepusht. Wo? Na ja. Die Sache seht. Nö. Ist keine Ahnung. Und go. Oh. D-Base. D-Base. Leonard. Du hast viel Glück gehabt, dass du nachladen musstest. Du wirst hier so reingerannt. Flash speed. Flash. Keiner legen. Geht nochmal B E3 mit den AKs. Wir holen die. Ja. Du unten. Ich oben. Ja komm. Ich geh auf deinen Kopf. We will make them cry. We will make them cry. We will make them cry. Rennen. Rennen drauf. Noch immer keiner B. Jetzt erst einer hat nen Hit von mir. Der hat safe nen Hit von mir. Der hat A4. Ihr seid vor dem B. Loch. Schneide Loch. Bitte unten. Ich smoke Freddy. Ja. Ich lege. Bitte hab mich. Immer noch. Immer noch. Einer vor B. Ich neide Loch. Ach. Eimi sind voll Idiots. 50 AP vor B. Zwei vor B. Ich hab noch eine Flash. Ich flash einmal raus. Mach mal das safe. Mach mal das safe an der Tribüne. Ich hab nichts wirklich. Ich bin Outer. Bin. Noch einer. Noch nass. Bin voll blitzig. Da sind noch zwei. Ich hab den oder? Wenn ich hab den Hit. Der safe call nen Hit von mir. Ist das Watchen? Baul man. Loch. Loch und door. Door. Verräts doch mal. Oh. Jesus Christ. Mann ich hab den in den Fuß geschossen. Er ist hoch gespuckt. Nochmal B. Mann das geht zu easy. Man kauft doch nicht. Ey. Ich hab zwei angehittet die Ohne mit A4. 93 und 85. So hier ja. Ja. Auch zwei angehittet. Kommt ihr? Wo wollt'n hin? Nochmal B. Ja. B dachte ich nochmal. Ja. Wir sind nur zu zweit. Dann muss ich eigentlich auch langsam. Lass mal schleichen. Lang einer close an einer Kante. Hey Push. Hilfe. Kommen wir fahren B. Die haben ECO. Links. Direkt. Zieh rum. Rechts jetzt. Rechts jetzt. Ja. Und wir machen den weg. Wo ist denn der? Ich nehm direkt nur lower ein. Ich lege. Ich lege. Down. Schön. Ich komm wieder vb. Dank. Wo warnt der? Ich hab noch. Einer auf einer A4. Einer auf einer A4. Beide lang eigentlich. Flasch einmal CT rein. Ich hab Cutters. Hier müssen nur vb. Boah. CT ganz links. Bleib weg. Der hat auch A4. Pass mit auf Erik. Bitte. Oh lol. Der gibt mir einen Klick. Kann das unten rein? Puh. Kann das unten rein? Ja chill. Den hab ich. Den hab ich. Wenn der kommt. Ich glaub nicht dass der kommt. Hab in der Mitte immer noch nicht gesehen. Doch ich glaub der kommt. Na dann chill mit ab. Verständlich. Saved. Ja. Vielleicht ist der hier unten. Der ist der. Der ist der. Der ist der. Der ist weg. Ich flash. Du blockst mich. Du blockst mich. Um die AWP. Um die AWP. Ach man ey. Du musst halt einfach warten bis der. Junge wenn ich warte dann verreck ich von der Bombe mit 4 AP. Und du blockst mich halt wo ich an dir vorbeispringen will. Ja aber warum schiebst du Cutters raus wenn der Cutters angesackt ist. Kannst du über Base dich abmachen. Junge. Was? Wie über Base? War niemals safe dass der Cutters ist. Doch klar. Das was du davor gecallt hast war der. Der geht weg. Der hätte auch schon in der Mitte sein können. Der letzte Satz. Wovor der gesehen wurde war von dir. Der ist weg. Der ist weg. Ja. Lang Flash. Mit unten war er jetzt mit Zauber. Flash einmal lang raus. Vorsicht. Warte ich Spock bitte. Lass mal kurz. Lass mal kurz. Lass kurz ich flash kurz. Wir gehen lang durch. Warte ich flash kurz. Ja ja mach. Kante Erik. Ich hab low AP aber ich versuch. Wir kommen kurz. Wir kommen kurz. Ultradie Hits. Mach mal schnell da. Der ist am Crossover. Der ist am Crossover. Ja ZTB ist einer. Verwarten. Zwei auf jeden Fall. Ich hab low AP. Ja. Zwei sind Spot. Ich werfe gleich noch in den L-Spot. Ach mann. Unten. ZT und Spot. Ja. Er rennt halt am AP oder so. Ja genau. Ja go. Ich flash mitte raus. Macht Phasen. Ich hab da ne CT-Smog. Ich hab da ne CT-Smog. Links. Mitte links. Geh noch nicht vorbei. Geh noch nicht vorbei. Geh noch nicht vorbei. Neue. Katas. Loch, 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 Loch. Keine Ahnung wo. Loch oder so. Bomb ist Mitte down. Loch war der safe. Mann. Hole den aus dem Spiel. Hole den aus dem Spiel. Hole den aus dem Spiel. Hole den gegen ein. Ja. Hole den gegen ein. Oh ja geil. Katas. Katas. Ah kein Geld. Oh ja hier steht sowas von geil B. Ja ich kann aber nichts kaufen. Ja lass es. Ich hab 3-9 ich kauf ne Flash. Mach da Tech-9. Ja das ist Tech-9 Kevlar. Ich hab so ein geiles Born. Das hab da. Edrich macht nix. Aber auch nicht stehen bleiben. Einfach mal auf mich gasen. Er macht nix. Auto, Auto. Loch, Loch, Loch. Loch, Loch. Ich smoke. Die war fail glaube ich. Komm Link. Ja schimmelt einfach nur ab. Lauf zu den ABP ist ja nicht rein. Oben auf der Kiste Felix. Ja. Ja. Ja ich krieg durch Smog man. Links weiter links. Loch kommt. Ja schimmelt halt zwei. Noch ein noch ein noch ein. Dann durch die Smog. Zwei schon Spot Felix. Ich hasse die. Zwei auf den Spot. Oh mein Gott. Auto war auf. Alles Spot, alles Spot. Letzter Spot im Pimlek. Loch raus. Loch, Loch, Loch raus. Der ist Loch raus alter. Mach nochmal def. Two on one. Tschüss Felix. Wuuu. Nice man. Schön. Die Runde war ja sick. Alter war die sick. Und Röppchen. Wir haben schon mal. Leck ab. Ich hab dich fast wieder weg. Ich rieche mich mal lang raus. Nein. Okay. Nimm mal Bombe Freddy. Wir machen uns lang. Direkt in die Sache rein. Ja. Das ist so absurd sowas. So unnötig. Ich muss den nach kaufen. Ich bin... Warte Oli. Warte Oli. Noch einer. Läu Freddy HF. Das war Freddy. Äh ne das war S. Vielleicht Auto. Diegel. Ich smoke CT. Ich smoke. Hätte mal Auto. Warte. Ich fucke los. Stopp. Mach mal nach hinten. Direkt. Auto nichts. Spot. In dem Premium late. Spot down. Kann man lang von hinten kommen? Ja. Geh. Nein eins. Ich hab kurz. E.T. kommt hoch. Was? Kurz. Ah ja. Kommt man. 8-1. Beide Kioskos. Easy. Und S. Nochmal B. Yo. Die haben Angst vor dem AWP Bank. Sie warten immer auf die Smoke. Ihr seid immer vor dem Dach. Rush durch. Ihr hittet die weg. Hittet der Rushen? Gut. Bis morgen hier. Ja klar. Guck mal machen. Einer B. Einer nur B. Oh ja. Rush. Seid richtig wütend. Seid richtig blöseartig. Auf eurer Eltern. Die das Essen verbrennen. Ich bin nur blind. Die fahren glaube ich gegen. Auto oder so? Auto. Mann ich bin wieder der Einzige. Mann ihr steht vor mir. Da sind alle rausgegangen. Ja das waren halt alle. Smoke dogs. Ich muss halt auch erstmal die Ecken. Ich müsste. Minus 27 nur. Ja die Sache steht. Bitte unten. Beide beide Kioskos raus. Beide Kioskos raus. Bitte unten. Das war einer. Der war auch da. Der war auch da. Der war auch da. Irgendwie klar. Lower rein vielleicht. Ja. Ja ja. Tschüss. Mit Pamukai geht hoch. Kann das oben kommen. Ja. Ja. Nein. 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 Fuck ey. Wenn du den nicht machst bist du raus. Der kommt oben. 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 Ich weiß nicht was du machst ey. Ist unakleert. Oben. Oben. Ist es 63er? Du Idiot. Mann die sind aber auch taub ey. Mann fuck ey. Taserkill wäre so geil gewesen. Fuck. Ja. Schade ja. Über den drüber einfach ey. Hier nochmal B. Das ist viel zu einfach. Ja. Ich mach mal Backstapper lang. Ja. Der B kommt eigentlich gut rauf. Ja. Machst du das? Der spielt halt in 3 von 4 Fällen spielt der Auto. Das ist halt ultra pfff. Jetzt hast du ne Brille. Nein. Cutters gesmoked jetzt. Machst du mal ruhig. Äh. Hilfe. Hilfe. Big Box. Warte ich komm mit. Abge. Close. Down. Big Box noch. Warte ich geh vor. Auf der Box. Auf der Box. Geht doch. Komm mal mit. Komm mal mit. Los. Big Box im Kost. Ich kann ja nicht viel machen wenn du vor mir stehst. Ist einer 30 ab hier. Ah ne. Big Box 30 ab hier. Ich smoke mal Base. Das war mit raus grün. Ace ist schon Base. Alle B. Könnt ihr halt holen. Die müssen alle drauf sein. Mann ich wusste es noch. Ace links links. Hinter der Door der Ace. Ace ist top. Mann das ist aber auch. Cutters rein. Freddy lower kommt. Lauer kommt. Schön. Ging 3. Schön. Einer noch low. Loch. Einer noch. Der hat nichts. Bein Spot. Einer Kiosk. Dann haben zwei Leute zusammen. Tschüss. Schade. Mann das ist so eine. Mann die hätten wir gehabt. Zweiten Eco. Ja schade. Einer war aber noch lang. Lass nochmal lang raus. Lass die immer überhaupt gasen. Mann das raffen die nicht. Ist dumm. Ja lang. Der kam auch ultra spät gerade. Na klar. Geh mal mit der Braust ganz klar. Let's go. Let's go. Let's go. I'm throwing a flashback. Throwing a flashback. Flashback. I'm throwing a flashback. I'm throwing a flashback. I'm throwing a flashback. I'm throwing a flashback. Oh mein Gott das ist ein Skandal. Nicht ein Hit. 2 on 2. Ich hab auch Arunde. Beide CT kannst du durch. Dann kannst du durch. Ah du ich renn verliebt Felix. Beide CT base. Smoke CT und da steht die Sache. Ey wo zum Teufel gehst du dein? Ey es ist so nachgleich hast du schon wieder machst. Du bist ja am anderen Ende der Welt. Ich hoffe du stirbst. Felix Sekt jetzt in diesem Moment. Für lang die Bombe. Ja er ist nicht für lang. Du musst alleine hin und Felix. Jetzt ist absolut nichts. Ja als Zwecks sind schon schräge. Heißt. Beide CT. Ja du bist dran. War ja. Er kann nicht warten. Er wird gepumpt. Ah ey ist alter Hut ab. Wenn du Grube bist siehst du die Bombe aber. Ah jetzt nicht mehr. Links. Weiter links. Da genau. Da genau. Schieß doch. Oh mein Gott. Ja ich weiß. Ich möchte jetzt wirklich von dir mal wirklich. Ohne Flame oder so. Seriös von dir beantwortet haben. Was deine. Das dein Plan jetzt war. Ja Junge die haben mich beide mit dir unten abgezielt. Du dummer Spaß ich hatte 10 AP. Junge die sind doch beide auf den Spot gerannt. Du Gottloser. Es ist wirklich eine Zumutung. Victor Osterhasermann. Ich krieg dich jetzt weg. Es ist kaum in Worte zu fassen. Wir können doch mal kurz durchgehen. Ich hab Smoke. Ja ich glaub Schäffler. Ich hoffe du stößt. Dir hat irgendwie ein C beim ins Bett gehen oder so. Irgendwas Schlimmes muss dir passieren. Ja ja. Ja da ist es. Da ist es schon passiert. Was ist noch da los ey. Unten an Doors. Wenn er sagt gerade an. Warte bis die Smoke auf ist du. Nein nein. Ja die Smoke. Kurz auf Hilfe. Der droppt. Ist gedroppt. Kann niemals sein. 84 in 3 mit die. 84 in 3 dieses hässliche. Lol. So. Neh mach. Ich hole jetzt A. Ich hole jetzt A. Fuck. 2 A. Ganz vergessen. Mann. Ich hab schon 4 Runden. Denk dir. Ja vor letzte Runde. Ist es nochmal B-Rush oder? Ja ja. Ist es absolut. Komm. Mal wenigstens 10. Das wär halt auch schon krass. Oh ja. Passiert? Was ist denn das für ein Geblocke? Ach du Kacke. Oh ja. Ist der komplett geisteskrank. Freddy rastet komplett aus. Ja die ist jetzt egal oder was. Der hat sich mal wieder nicht unter Kontrolle. Der kann es abbrechen. Freddy eine Runde. Und ist weg. Noll. Noll. Komm B durch. Ja dann lass mal weg. Für nichts. Ja es ist natürlich A. Es ist hier unten nur auf dem Jet. Ja aber davor nochmal abgeschmückt. Fock hat das. Das war. Der ist close in der Schmuck. So. Nein. Das war B-Split. Lass mal 2-2 Mitte raus. Links steht der AWP. Hat 3 und 2. Hinten Plateau. Mach 2 B. Geh da. Geh da. Geh da Freddy. 2 B. Einer nur A. Geh jetzt mit deinen Mates. Die schienen schon über CT. Wir müssen trennen. Schneid da Freddy. Ich flash Base. Leg für kurz und nehm nur kurz ein. Ja leg für kurz. Ich nehm kurz Franz. Ich nehm kurz Franz. Bleib nur kurz Franz. Bleib nur kurz Franz. ZT kommt. Wir haben AWP's. Freddy naiden mal CT. Ne da kommt der. Nein der kann noch nicht. Nein tief. Alter was ist denn das? Jetzt kommt CT. Viele Steps. Viel. Schön. Schön. Man weg. Zieh da mal rum A. Kurz. Na ja jetzt aber auch irgendwo taub alter. Wie kann man die Runde abgeben alter. Wir hatten 2 Leute kurz. Ne. Ja nein. Letzte Runde. GLAF. GLAF. Können mal Mitte raus alle oder so. Ja. Was? Ja wir haben noch ne Mitte gemacht. Einfach raus. Das war richtig kalt. Die decken wir zur zweiten Mitte. Egal. Man callt halt immer den B-Split aber es juckt halt einfach auch keinen. Mann das ist so unnötig. Und der Ace rennt wieder in die Aare. Der Ace ist auch wieder am Ende der Welt. Dritte links. AWP. Lange M4. Er nimmt die ganze Sache aber auch nicht mehr ernst man. AWP down. Noch einer down. Ich fake A. Macht B. Ich fake auch A. Lange noch 1 AP. Helft über. Ich glaube hier ist noch einer. Ich habe Angst. Zwei lang. Tür raus Mann. Tür raus. Spot rein wieder. Schön. Das ist unglaublich. Unglaublich. Kein Fake. Beide 1 AP. Da muss ich wieder alles alleine klären. Ich kopier's euch in den Chat. Beide 1 AP. Flash kill Ace. Flash kill. Flash kill Ace. Mann Ace ist so dummer Mensch. Beide 1 AP. Mann geht doch auf ihn drauf. Flash kill. Flash kill Erik. Was machst du denn? Mach smoke kill. Warte bis der Klaus ist. Ich krieg's euch wirklich weg. Der hat 1 AP. Der hat 1 AP. Der hat 1. Gottverdammten AP. Mann. Ihr habt so die Chancen Flash kill zu machen. Ihr macht nichts. 1 AP reißt sich zusammen junger. Alles ist weg. So den safe nicht. Rechts rechts. Oh du bist ja richtig seriös ey. Schön. Hat er auch 8 Nacht. Ich schluss noch. Nach wie vor keine Fuse. Nach wie vor keine Fuse. Jetzt. Raus. Da kann ich nicht. Da muss die decoy liegen. Mann ey. Du bist so dumm. Mann. Ich hab den Flash nicht gebrochen. Der hätte so reingelaufen. Der hätte so reingelaufen das CT. Hätt's nur mit einem Flash in der Hand haben müssen. Mann. Das war so traurig. Mann ey ey. Ich dachte jetzt bauen vielleicht von der Wand ab und trifft ihn irgendwie. Aber ne. Geht auch. Na du ey. Jetzt war halt in der Atomecke das haste. Du hättest warten können bis der vor dir läuft und dann ihn einfach abwerfen können. Dann machs doch einfach mal. Naja. Lass du 4B. Lass du 4B. Nein. Ja. Doch. Faff da die Piste ey. Ja. Lass uns decken. Alle B. Ist kein Fake. Ist kein Fake. Mach die Welte alle an. Ich hab alle angehtet. Kein Fake. Scheiße. Einer 30. Einer 40. Einer 120. Einer Big Box. Einer Auto. Einer noch Kater ist das lächerlich. Ich hab 10er B. Wartet. 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 Gemeinsam. Gemeinsam. Schleicht. Ja kommt jetzt. Oh Mann. Und Spot wo man legt. Einer. Vorne. Ach Mann. Links die dicke Seite. Die haben doch so mega low. Scheiße. Spot. Spot noch einer. Eck. Oben Loch. Der letzte. Ne. Spot hat low. Alle low. Fack. Alle nur angeht. Das ist so traurig. Alter. Ist ne. Warum waren wir nicht zu zweit B. Weil da nix kam. Und dann bin ich Katas reingegangen. Und dann war die Smoke. Die Erik für die T's gedacht hat. Halt für mich für den Arsch. Und ich konnte nicht mehr durch pushen. Pust mal kurz ey. Normalerweise hätte ich die auch holen müssen. Ich verstehe das nicht warum die nur alle unhit haben. Alle haben 3 Hits. Und haben irgendwie 40 AP. So lächerlich. Scout links. Ey ist das. Kann ich. Lass das aber holen man. Katas ist was. Power lang supporten. Kann man so kassieren man. Kuss kommt. Ja kurz schon durch. Natürlich kommt der Lauer jetzt. Bombe da auch mit um. Bombe da auch mit um. Boll. Ditty. Gitt hoch bitte. Mitte noch mit Bombe. Gegen 3. Auf geht's. Ja Freddy. Versuch's. Versuch. Mach dich durch da. Kurz wahrscheinlich, oder? Ja. Ace kurz. Quid. Da Kalil und HFGL. Kurz ist schon wieder durch. Freddy schleichen. Mach die weg. Schleichen. Jetzt komm Freddy, muss 4k haben. Eins mehr, mehr, mehr. Holt die Runde. Schwenke schon. Schwenke. Gegen einen, lang. Zeit, Zeit, Zeit. Flashen Ace. Flash gegen die Scheiße. Lass Freddy die mal an Freddy. Lass Freddy die mal an Freddy. Crossover Freddy die Idiot. Geh doch mal an. Na ja, na ja. Na ja. Schön, Mann. Go. Ey, der Ace hat schon wieder so auf mich gezielt. Ja, der Ace ist halt auch nur ein Fahrtwürdiger Mensch. Ja, der Psychopath. Warte handeln. Da hab ich lieber weg. Da hab ich lieber umgehen können. Freddy guckt mich einfach nur so an und denkt so, schieß mich nicht ab. Alter, weißt man nie halt. Du bist halt ein Verrückter. Go. Ich geh jetzt lower rein mit Filgeball. Und los. Ich hab 1 AP. Okay. Und Cutter Splits liegt da los. Ich hab gebummst. Gebt. Alle Treppe, alle lower. Mann, der drückt mir mit Scout 99 in 1. Alle Cutters sind down. Ich hab alle gehabt. Mitte raus, glaub ich. Ne. Gurt's einer. Ich glaub, er macht die Frakes. Läu, was? Kotz ist durch, glaub ich. Nein. Mitte. Spring mal runter, da ist. Zwei Mitte down. Der kriegt einfach mal so. Was ist da auch mit drauf? Ne, oder? Lang. 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 Kiosk. Beider Kiosk. Dann save nicht da 1 waschen lassen, Mann. Das ist es jetzt. Rekorden. Ja. Doppeln 8 Horns, Freddy. Ja. Keine Ahnung, links unten. Glaub ich. Bin voll blind. End ohne Pissschl. Dann kommt raus. Oh, ey. Schön, Freddy. Schön. Schön. Cutter ist überhaupt kein gar nichts. Alle lang. Lang. Ich hab low. Ich brauch Backup lang. Wir kommen von hinten. Schön. Noch einer lang. Noch einer lang. Lang. Grube, Grube. Wir kommen mit Zorn. Wir kommen mit Zorn. Ja, ja. Oh, ja. Höhen, Mates, Mann. Geh mich rein. Und go. Guck mal, dass... Meine Hand klebt jetzt so an der Maus, Alter. Das ist... Ja, ja. Das ist richtig abartig. Das sind cool. Ja. Geh mal kurz. Oh, ja. Richtig schön. Ich flash. War noch einer am Spawn. Naja, hat es gestehen. Naja, hat es gestehen. Kurz drauf, nee. Gott, das ist doch schön. Daun. War noch einer. Dann haben wir noch Base spawnen. Wo lang bin ich? Base, links. E-spawn. Ja. Ich leucht. Dann flash doch. Was macht ihr? Flash spät, flash. Keine Base. Wir rennen rein in die letzten Bots. Wir haben aber auch zwei AWP's, ey. Müsst nur schimmeln. Ich hab nen Headshot von AVO durch die Wand bekommen. Bitte? Flang down smoke. Ahne. Was, 6er Freddy? B hat er. Halt auf B. Flang down smoke. Hust du da Mitte? Mitte kann raus. Mahl halt mal ruhig, man. Gehl Mitte. Da mit ARP könnt ihr easy weg hätten. Mitte unten, schön Freddy, schön, der da auch macht, ey. Bleib mal noch, ey, jetzt bleib mal. Aua. So, hab halt mal A noch im Griff und B ist halt safe. Hier steht grad komisch, Mann. Die kassiert auch noch. Mitte, Mitte, Freddy, schön der Freddy, ganz seriöser Spieler, klasse. Ich brauche plus 1, Freddy ladet direkt hoch. Ich brauche auch, brauche auch. Ich brauche schneller auf meine Urober in krasse Sicht. Was für ein Gesicht, dein Uropa, lebt da noch, der alte Sack? Ey. Alter. Ja. Ich kenne nicht mal meine Uropa. Ja, ich auch. Was? War eine geile Keule. War eine geile Dude. Mein Uropa, der war einfach nur Nazi. Was? Mal auch. Ja, weil da auch war einer. Ja, was denn? Scouter und Spawn, der verreckt nicht. Das kann doch nicht sein. Dreimal drauf auf diese Fotze. Ein 15-jähriges Rage-Kid, Mann. HDF. Ist das leckerlich, Mann. Was? Was? Was ist schon wieder durch? Dreimal mit drauf gewesen auf diesem Wasser, Mann. Ich brauche einen Backup, Hallo. Rede doch mal mit mir. Mitte draus. Und einer war Cutters, Mann. Wo ist denn der lang? Der ist wieder rein. Scout, Mitte. Krieg Box. Mitte draus. Zwei. Ne, gehen wir frei. Ich bin komplett down auf B. B wird's mich erwischen. Ja, komm B, komm B, komm B. Erik, du bist taub, Cutters. Ja, ja, aber Mitte halt auch. Ist kein Schwein, Mitte. Alle Cutters, die kommen mit fünfmal Cutters. Mitte hat dein Mate jetzt. Mitte hat dein Mate. Genau so hat der mir auch gegeben. Gehen die kurz oder gehen die? Ne, die gehen bei. Okay, ist down. Bombe down. Der hat 30 AP. Mach den, ja, weg. Bitte cheated. Viel Spaß. Mitte ist Scout. Hüpf. Hi, hüpf. Popflash, hast du mein Tutorial gesehen? Ist deine Runde. Ja, geil. Boah, ja, klasse. Boah, ja, klasse. Ja, ja. Cutters safe. Cutters safe. Cutters safe. Wie kann man da sitzen? Wie kann man da sitzen? Ja. Arschloch. Man, wie da mehr gibt, das war doch aber auch unmenschlich. Ja, eine Spar, halt bitte, eine Spar. Ich kann man so hemmungslos runterforsten, ey. Ich spare mal eine 50. Leonard, fuck. Mann, das ist aber auch komisch, was ihr macht. Wir hätten halt echt gesparen müssen, die nächste holen. Entschuldigung, aber jetzt will ich es gar nicht. Lass mal irgendwie lang irgendwas machen. Ich kann das ran. Rein. Ah, fuck. Ich verkack die Nate. Egal, wie geht's rein jetzt? Cutters oben. 2 langs Röner. 2 langs Röner. 1 oder Lerners. 2 lang raus, ey. Du stehst da einfach nur und wartest zu wieder und machst so zwei Axis Tracks. Das ist so low. 1. Cutters. 2. Schön. Lern noch in der AK, wenn einer will. B. Ace, wie kann man so stinken? Langen Bomben raus. Ace ist elend. 1, 1. Langen. 1, 1. Das ist die Bombe, hol den weg. Mach den bitte weg. Schade. Mann, ich treffe ihn nicht. Jetzt lass mal sparen. Ja, nein. Ja, ja. Ich leg nochmal 5-7. Ja, mehr. Ich komm selber. Okay, okay. Komm, Mann. 5-7 kann man so geil rein. Der legt noch einen. Können wir halt auch holen eigentlich die Eco. Ich renke Cutters rein wie ein Behinderter. Let's go. Supporter von oben. Oh, du kommst auch mit, okay. Ich habe wieder 10 HP. Und guck, du bitte nur in den Chat. Ja, ja. Oh, ja. Cutters, alle Cutters. Backup in den unten. Oh, jetzt mal ohne Scheiße. Ich hab dann... Wo seid ihr Idioten? Ja, FMAs. Er sticht am Spawn zu. Ich habe 10 HP. Ich gehe mit 10 HP in die Runde. Weil er am Spawn mit rechts rein sticht. Einer hat auch noch. Cutters. Einer Cutters. Und den weg. Schön. Loch, Mann. Einer noch, minus 80. Nimm die AWP und bring die fort, Freddy. Loll, nice. Hab die, hab die. Nein, mach. Da liegt ein Kit auf dem Spot. Gott, noch Euvo. Ach. Ja, die stehen alle 3 vor Cutters. Einer kommt jetzt 3. Einer dieser scheiß Odin, Mann. Der hat die AK kommt. Flash Kill. Der hat 1 HP Flash Kill. Mann. Tutorial. Rechts. Hallo. Oh mein Gott. Der hat 1 HP. Noch 1 AK. Der hat eine Boxing, Mann. Ja, ich gehe halt mit 10 HP in die Runde. Was soll ich da machen? Ey, ich schaue zweimal mit rechts zu. Na, den juckt halt auch nicht, weil er halt ein komplett geistkranker ist. Aber... So ist es halt. Ey, ich will auch mal wissen, aus welcher Klapse du eigentlich im Floden bist. Aus derselben, wo deine Mutter auch draus ist. Junge, das ist so low. Wie kann man so flamen? Wie so ein Sonderschüler. Mütter, Mütter. Du drück mich nicht weg. Ich flash dich kurz vor, ey. Let's go. Ne. B. 2. Meinungen? Ich schieb direkt B. Ja, hier raschelt es auch. Wenn es B nicht ist, dann... Wenn es B nicht ist, dann... Oh, die sind Katastrophäen drin. Born. Hier ist kein Mensch. Fuck. Boah, fuck. Schön. Nein, und natürlich holt er mich mit der Diegel, man. Mitte oben rechts, glaub ich, Ace. Ja, Mitte. Schöner Hit. Mitte unten, Felix. Support immer. Big Box irgendwo. Hoch, Ace jetzt hoch. Rechte Seite. Nice. Loll. Ich flash runter. Alter, das kann niemals sein. Es ist jetzt schon wieder... Ach komm, Alter. Mitte oben. Mitte oben und kurz. Ja, kann das unten. Er geht, kann das unten. Geht low ab hier. Mach mal B, smoke. Mitte ist Bombe down. Freddy hat lang wie den Weltmeister. Kurz kann durch. Ich hab B, safe. Ihr müsst mal Mitte decken. Kurz kommt. Kurz ist doch schon wieder durch. Mal schieben. Ja. Mitte kann durch. Kurz kommt meiner Felix. Nein, ich bleib hier. Wo war die Smoke? Kurz. Kurz brennt das Licht. Ihr habt alles. Geht mal kurz. Ach du Kacke. Kann man so aimen, Ace. Loll. Beide kurz. Alle kurz. Alle kurz. Oh, der Ace kriegt Banks. Schön. Schön. 1 nach 20. Hey, nimm mal Freddy. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Die kommen gleich nochmal weg, Alter. Fuck. Bombe kurz. Einer müsste vielleicht nochmal Mitte gehen. Dass die entfliehen. Ja, ja. Die machen sich weg. Die haben nicht mehr viel Zeit. Schön. Kurz, letzter. Ist er das? Ja, ruhig, 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 ruhig. Der hat keine Bombe. 10 Sekunden. Er kann nicht verliegen. Vollständig. Vollständig. Das ist doch hervorragend. Das ist doch einfach nur klasse. Bring Aave mit. Und jetzt fertig machen. Die haben bestimmt kein Cash Money. Hier, lass sie diesem Dreck schmecken. Nö. Ja, naja, dann machst du ja Erik. Ich renne lower mit P90 rein. Ah ja. Gutes Gelingen. Und los. Ich beende dieses Game jetzt mit einem kurzen P90. Oh ja. Keiner Base. Ich glaube, es passiert. Alle Cutters. Ganz viel Cutters. Ja, echt? Nein. Einer noch low. Mann. Fuck. Einer Auto. Zwei Auto. So. Dann. Nice night. Könnt ihr wiederholen. Drei gegen drei. Macht. Macht zusammen. Ich hab noch zwei Flash. Cutters, ich bin abgesmoked. Freddy ist abgesmoked. Aber ich kann das handeln. Hol den auf Spot, ey. Hol den. Jetzt. Feuer. Jetzt rauf. Vor Cutters. Rechts unten auf Spot, ey. Hol den nur weg. Spot, Cutters und keine Ahnung. In der Smoke, Felix ist er. Auf Spot, wo man plant es. Ja, ich kann den nicht rollen, Mann. Jetzt geh doch rauf. So, was macht ihr denn? Hier darfst du offensichtlich weg. Nimm Five-Seven, Ace. Wie kann man so aimen? Mann. Komm halt, ich war doch runter, Mann. Aber ich weiß auch nicht, warum du nicht mitkommst, Mann. Ja, Ace ist wieder so komisch. Wir hatten doch den Frag da. Ich konnte nicht. Minus 60 erinnern. Man muss ja mal komisch sein, dann. Auch nicht so komisch. Ja, das ist so komisch halt. Andy P90 ist kacke. Geil. Nee, da ging nicht rein. Da ging Geld. Mich auch mal sparen. Ready Five-Seven, bitte. Ja. Erstmal mit dem Move machen. Ich smoke und dann an der Big-Box boosten. Binks. Da, ich mach du mal. Smoke, du mal Schlitz. Mitte. Ah ja, genau. Lass nochmal. Und boost mich mal dann auf dem Big-Box vorne. Smoke, right. Let's move out. Flash. Ja, wo war jetzt Boost? Ja, hier Big-Box. Sag ich, oder? Ja. Na ja, Smoke verkackt. Ja, Smoke ist kacke, aber egal. Mach dich durch. Schau, da. Lang Flash, das Hass ist. Ich bin down. Roll, 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 roll. Ich bin weg. Fall mit das Hass ist. Lang kommt. Lang, vier Mann, vier Mann, vier Mann. Gieß mal irgendwie ein bisschen. Hi, schieß. Wir kommen lang von hinten. Ja, ja. Wir machen sich nochmal auf den B-Spot. Probe rein. Mitbekan durch. Ja, lang kommt des Hasses, glaube ich. Und Korts kommt auch. Alles ist weg. Bitte unten. Bitte raus. Ich krieg keinen Support. Supporte doch mal, Mann. Ey, das ist die fünfte Runde oder so, wo ich jemanden auf 4 HP oder so hitte. Was ist denn? Was ist denn das? Das ist wirklich ganz dolle traurig. Wichtig. Spot für die alle. Oh mein Gott. Saubere Entscheidung und weg. Kacke, Alter. Wir müssen noch eine Eco machen. Die Sache steht nicht. Ja. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Ich geh mit A. Let's go, let's go. Juh. IEP im Sporn. Ich stecke auch einfach mit A, Mann. Katas unten. So. Cut kurz. Bitte zieh mal rum. Du hast den, oder? Hallo, Ace. Gut. Junge, was machst du? Junge, was soll ich machen? Du sagst halt nicht an, was du machst. What? Was soll ich ihm da ansagen, Mann? Ich hab mal nur unten abgezogen. Ich seh jetzt nur auf dem Radar, dass du den pusht und schießt nicht. Ja, weil ich ihn nicht gesehen hab. Ja, das denk ich auch. Mitte unten. Ah, nein. Bei Mitte unten. Mann. Wir wussten schon des Hasses. Ja, ist da. Ja. So, jetzt holen bitte. Einfach fertig machen. Einfach schön stehen. Schön reinhitten. Ja. Ja. Ja, okay. Ja, wie kann's einem so egal sein? Hurensohn. Ja? Ist es der Komplett Rager? Ja. Hab ich ja noch nie erlebt, sowas. Weil ich hab zwei Headshots bekommen. Das kann aber nicht sein, oder? Der gibt uns beiden durch die Door, Mann. Einfach auf Verdacht mal. Schön, Ace. Mach den Ja weg. Schön von Bedauern auf B. Das ist der Geisteskranke. Ich hab BG rein, finde ich. Ja, was? Jucke. B ist, glaub ich. Kein Safe-Goal. Der Cutter ist schön, Mann. Der hielt uns so lächerlich weg. Und wir holen es trotzdem. Unverständlich. Was war denn das, Alter? Naja, weil ich am Leben bin. Du musst aufhören, Freddy. Ja, ich mach auf. Bleib mal kurz dran. Wir kriegen halt ultra wenig XP. Geckman! Kannst du mir das mal erklären, was... Oh, du sagst einfach nichts mehr. Da passiert... Hallo! Ja! Mann, fuck. Ey, Geckman, Alde! Ey! Ey, Alde! Hallo, my friend! Hallo! Mann, fuck. Was war denn das für ein Shot? Weiß nicht. Der hat mit dem Auto-Sniper reingelamed. Ich hab erst durch die Door-Headshot und dann nochmal einen bekommen. Ich dachte, der Rage jetzt los. Das macht Freddy auf, oder was? Dann ist es aber direkt nochmal die Runde. Ultra-WTF. Ich mach jetzt die Kiste auf. Ja. Das hören wir uns noch an. Lass das rascheln. Ach du Kacke. Hast du Shadowplay? Direkt das erste Feld, die Monkey Business. Dann noch zwei Mal hintereinander die Monkey Business und das ist die Diegel. Und damit sind wir raus für heute. Tschüss! Ciao!